Hallo und willkommen zum neuen Video. Heute soll es darum gehen, dass ich den Bagger Spalter mal wieder in Betrieb nehmen möchte bzw. auch muss, um die ganzen Baumscheiben, die hinten liegen, mal wieder weg zu spalten. Und aus diesem Grund muss ich erstmal was am Spalter umbauen bzw. eine kleine provisorische Modifikation machen, denn bevor ich an den großen Umbau komme, ja dann, da geht noch Zeit hin. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt überhaupt noch mache, bevor ich die Pappelstämme fertig habe. Also will ich wenigstens erstmal eine kleine Modifikation machen oder einen kleinen Umbau, um wieder besser mit dem Spalter arbeiten zu können. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier schon die Klinge abgebaut. Und zwar könnt ihr hier sehen, wie sich die Klinge verbogen hat. Ich hatte die ja nur aus zwei 5 Millimeter Flachstellen zusammengeschweißt. Das hatte zwei Nachteile. Einmal war sie natürlich nicht so massiv wie der 30er Stahl hier. Und zum anderen war sie auch nie wirklich scharf vorne, weil ich hier vorne die beiden Flachstähle mit einer Schweißnaht verbunden habe. Und hätte ich die jetzt wirklich spitz angeschliffen, dann wäre es wieder hier gerissen an der Stelle. Deshalb war es immer so ein bisschen, ja, keine Schneide, sondern eine Runde, würde ich sagen. Ja, und das möchte ich jetzt erstmal provisorisch ändern. Ich werde diesen Flachstahl, diese 5er Flachstähle jetzt hier abschneiden und werde mir aus dem 20er Flachstahl, das hier ist 30er, werde mir aus dem 20er Flachstahl in der entsprechenden Breite eine Klinge schneiden und werde die hier an den 30er Flachstahl dranschweißen, damit ich sie vorne auch mal richtig schärfen kann. Ja, damit ich eine richtig scharfe Klinge habe, was denke ich auch sehr wichtig ist, um durch die Pappe durchzukommen. Ich bereite mir jetzt den 20er Flachstahl vor, schneide ihn entsprechend und dann hole ich euch wieder dazu. Natürlich werde ich auch vorher noch diesen Flachstahl hier abschneiden. Und wenn das alles geschehen ist, seid ihr wieder dabei und dann gucken wir mal, ob wir das neue Stück hier dran gebrutzelt bekommen. Los geht's! Weiter geht's am Wackerspalter. Die Klinge ist geschliffen. Mein Schwiegervater war so freundlich und hat das für mich übernommen, da ich ja immer keine Zeit habe. Ist übrigens nur ein 15er Material. Ich dachte erst, es wäre ein 20er. Wäre mir auch lieber gewesen, aber man arbeitet halt mit dem, was man hat. Also kommt jetzt erstmal das 15er dran. Sollte es sich wieder verbiegen, kann hier immer noch ein 20er dran bauen. Also quasi wird es wieder abgeschnitten und kommt ein 20er dran. Aber jetzt bauen wir erstmal das 15er dran. So. Schweißgerät steht schon bereit. Alles vorbereitet. 200 Ampere. Volle Bulle heute. Wollen wir es mal anputzeln. Los geht's! Next. ceux. Dann. Dann. ganz schön warm heute ziehen wir mal lieber ein pullover ein ein was war ein Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war es auch schon wieder mit Schweißen. Zehn Minuten. Ist es gar nicht gelohnt, Schweißgerät rauszuholen. Aber, ich bin zufrieden. Ja, müssen wir nur noch ein bisschen abkühlen lassen jetzt. Und ich würde sagen, ich hole so lange mal den Spalter hier ran, sodass ich dann das Teil gleich anbauen kann. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Bagger Rinder und gucken mal, ob er spaltet mit der neuen Klinge. Ergebnis ist für mich wieder sehr zufriedenstellend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, inwieweit man es im Zeitraffer erkennen konnte, aber er hat schon echt ganz schön zu tun, gerade mit den großen Pappelrunden. Ja, die sind nun auch schon etwas angetrocknet, was es nicht gerade leichter macht, die zu spalten. Da hat er wirklich Probleme. Nach wie vor hat er damit zu tun, dass zum einen der Bagger zu wenig Druck liefert und zum einen hier der Zylinder einfach zu klein ist. Aber ich habe derzeit einfach keine Zeit, um den Zylinder umzubauen. Von daher muss er da wohl jetzt erst noch mal ein bisschen durch. Ja, aber eine andere Sache muss ich noch machen. Und zwar, ihr seht es hier schon, und zwar hat sich durch diesen Druck, wenn du dann mal versuchst, seitlich die Pappelrolle abzudrücken, sage ich mal, hat sich hier oben der Stahl, also der Tee-Träger verzogen. Ja, ich habe es jetzt mit dem Bagger wieder zurückgedrückt, dass es wieder einigermaßen gerade ist. Und jetzt werde ich hier, ihr seht es hier schon, jetzt habe ich mir sechs solche Stücke geschnitten, solche Keile. Und hier kommen hier drei davon hin und auf die andere Seite auch drei, die dann im Prinzip verhindern sollen, dass sich hier oben der Tee-Träger wegdrehen kann. Die Seite habe ich schon gepunktet, die werde ich jetzt auch schweißen. Danach drehe ich die ganze Sache um und mache die andere Seite noch. Und dann mal gucken, ob ich heute noch mal schaffe, mal ein Stündchen noch mal zu spalten. Mache erst mal vielleicht ein paar kleinere Stücke noch, die noch da liegen, die aber auch zu groß für den kleinen Spalter sind. Und dann schauen wir doch mal, was er zu den kleineren Stücken sagt. Aber jetzt nicht lang quatschen, schweißen. Los geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles fertig geschweißt. Ich habe auch gleich heiß und heiß ein bisschen Rostschutzfarbe draufgeknallt. Hat sich gleich ein bisschen eingebrannt und ich würde sagen, ich verliere nicht lange Zeit. Ich fahre gleich wieder runter und spalte noch ein bisschen. Sonst komme ich ja gar nicht mehr vorwärts. Los geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt kommt das witzige Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist schon Standard. So. Da bin ich doch mal gespannt, ob das hält. Sie haben ja für die nächsten zwei Tage Sturmwarnung rausgegeben, ist gleich die Bewerbungsprobe dafür. So Freunde, jetzt bin ich aber für heute wirklich am Ende. War noch mal eine schnelle Aktion. Wie gesehen, fünf Minuten ist das alles durch. Gut, plus Säcke befüllen noch mal zehn Minuten, also viertel Stunde und Plane zuschneiden. Viertel Stunde insgesamt hast du hier so eine Reihe von fünf Metern abgedeckt. Ja, was bleibt mir jetzt noch weiter zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Abo nicht vergessen und Daumen nach oben und wir sehen uns nächsten Samstag zum neuen Video. Bis dahin sage ich, wie immer, bleibt fleißig und gesund und ciao. Dirk Dirk